Wer hat das erste Bibelwort? Wir hören heute, oder wir lesen jetzt, also drei Geschwister lesen jetzt aus Joshua 3. Ja, das ist im Alten Testament. Was? Ja, du hast den Zettel, Bruder. Okay. Ich hab das erste Bibelwort. Ja, Schach, Bab 3. Sober zud Ja, Schach bachast, و با همهنگنی اسرائیل از شدتیم روانه شده به اردن رسید. Aishan, پیش از عبور در آنجا اردو زدند. پس از سه روز صاحب منسمان قوم از میان اردوگاه گذشته قوم را فرمان دادند. چون صندوق عهد یهوه خدایتان را ببینید که لاویان کاهن آن را میبرند. از جای خود روانه شده از پی آن بروید. آنگاه خواهید دانست از کدام این راه باید رفت. زیرا تا کنون هرگز از این راه نرفته اید. اما بین شما و صندوق حدود دو هزار زرا فاصله باشد. و نزدیک آن میایید. سپس یوشه به قوم گفت خود را تقدیس کنید زیرا فردا خداوند در میان شما کارهای شگفت انگیز خواهد کرد. آمین. آمین. der Zweite. Genau. Ich habe mich überrascht, dass ich mit Mose bin, nicht mehr zu sein. Er sagte, dass ihr die Verlangen, die die Verlangen von dem Verlangen haben, hat gesagt, dass ihr in den Rädern auf dem Rädern gerätst. Und der Yushak von Israel sagte, dass ihr in den Rädern kam. Er sagte, dass ihr in den Rädern geöffnetst. Und der Yushak sagte, dass ihr in den Rädern geöffnetst. Und ich will das endlich meinen Kanan, Hayt, Hevi, Fries, Geirgaz, Ammur und Yevos. Amen. 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 بند آمده همچون تودهی خواهند استاد. پس چون بوم از خیمه‌های خود روانه شدند تا از اردن بگذارند، کاهنانی که صندوق عهد را می‌بردند پیشا پیش آنها می‌رفتند. رود اردن در تمامی فصل برداشت در کناره‌هایش سیلاب می‌شود. اما چون کسانی که صندوق عهد را می‌بردند به اردن رسیدند و پای کاهنانی که صندوق را می‌بردند در لبه آب برو رفت، آب‌هایی که از بالا می‌آمد باز استاد و در مسافتی بسیار دور در شهری به نام آدم، واقع در جبار سرتان به صورت دوده‌ای برپاه شد، و آبی که به جانب دریای عربه یعنی دریای نمک جاری بود کاملا قد شد. آنگاه خوم مقابل عری‌ها از رود رود کردند. کاهنانی که صندوق عهد خداوند را می‌بردند، در میان رود اردن بر زمین خشک به بی‌حرکت اصدادند و اسرائیل همگی بر زمین خوشگور کردند تا تمامی اصداد و کاملا از اردن بود درشدند. آمین، منش لوط لیزن دی بیبل از بیهد درستن عالت است، گشیchtsبوخ. میگن خیلی از مردم کتاب مقدس به چشم یه کتاب قدمی تاریخی میخونند. آ، درست این شونا گشیchte. میگن که داستان جالبیه. cool. ولی بحاله. Ja, also wo ich kleiner war, hab ich das genauso gedacht. Schöne Geschichte. Aber weißt du, das ganze Buch, die Bibel, ist Gottes Wort für uns heute. Die Situation, wo das drin ist, was wir gerade gelesen haben. Israel ist aus Ägypten ausgezogen. Und sie haben die Bundeslade mitgenommen, das ist ein schweres Wort. Das ist eine goldene Kiste mit so Röhren, mit so Stäben dran und die haben Leute getragen. Das ist Gott, als Symbol Gott ist bei ihnen. Wie heißt das Wort richtig? Sandok Ahd. Ja. Und sie liefen raus in die Wüste. Aber Gott hat ihnen gesagt, ich zeige euch euer Land. Ich zeige euch das, was ich für euch habe. Und dann wissen wir, dann musste Israel, weil sie halt nicht gehörsam waren. Und dann mussten sie 40 Jahre, sind sie in der Wüste gewesen. 40 Jahre. Und sie haben 40 Jahre, weil sie nicht in der Wüste gewesen sind. 40 Jahre. 40 Jahre. Das ist wichtig, zu verstehen. Weil manchmal kommen die Dinge in unserem Leben nicht, weil wir ungehörsam sind. Und bevor Mose in das Neue Land kam, Kanaan, ist Mose gestorben. Aber eine junge Generation ist auf einmal das Volk Israel gewesen. Zwei Millionen Leute sogar, ja? Mose war auch nicht gehörsam. Mose war auch nicht gehörsam. Deswegen durfte er nicht in dieses Gelobte, in das von Gott verheißene Land hinein. Er stieg auf einen Berg und hat es gesehen. Und dann ist er gestorben. Und dann kam Joshua. Und dann kam Joshua, was wir gerade gelesen haben. Es gibt eine Verbindung zwischen Joshua und Mose. Mose hat das Volk Israel aus Ägypten herausgeführt. Nachdem Mose ein Stab auf das Meer gemacht hat, hat sich das Meer geteilt. Das ist ein Wunder, oder? Das ist ein Wunder, weil Mose gehörsam zu Gott gewesen ist. Ich habe von uns gesagt, Mose war nicht gehörsam, deswegen ist er gestorben. Mose hat eine Sache nicht getan, was Gott gesagt hat. Wenn du Verantwortung hast, wenn du leitest, dann hast du eine hohe Verantwortung. Jetzt steht Joshua genau vor der gleichen Situation. Da ist ein Wasser. Der Jordan, der Fluss Jordan. Ja, der Jordan. Die eine Hälfte. Also ich mache es mal von euch ausgesehen. Hier ist die Seite, wo Israel steht. Und hier ist die Seite, wo Gott sagt, das ist euer Land. Und hier zwischendrin ist der Fluss Jordan. Und der hatte damals viel Wasser. Ja, es war Regenzeit gewesen. Ja, es war Regenzeit gewesen. Also richtig viel Wasser drin. Jeden, sehr viel Wasser. Und Gott sagte, aber geht da hin. Und das ist die Stelle, was wir gerade gelesen haben. Und als Vergleich für uns heute. Und das Volk Israel hat etwas Altes verlassen. Es ist aus Sünde herausgegangen. Wir auch. Wir sind aus Sünde herausgegangen. Weil wir verstanden haben, dass Jesus Christus für uns am Kreuz gestorben ist. Also wir waren alle in diesem Land. Wir waren alle in diesem Land. Aber wegen Gehorsam und wegen Glaube an Jesus. Hat sich für uns der Jordan geteilt. Das ist der Moment, als du getauft worden bist. Jesus wurde im Jordan getauft. Jesus ist der Übergang von dem alten Leben in das neue Leben, in das verheißene mit Gott. Wir kommen nochmal auf die Situation zurück, was wir gerade gelesen haben. Was Joshua zu den Priestern gesagt hat. Wir gehen nach den Priestern. Er hat etwas gesagt. Und zwar hat er zu ihnen gesagt, auf mein Kommando. Also wenn ich sage, dann nehmt ihr die Bundeslade hoch. Und lauft los. Ich weiß nicht, in welchem Vers das jetzt steht. Ja, nee, ich suche was anderes. Dann sagt Joshua zu dem Volk Israel. Wenn ihr seht, dass die Bundeslade in Bewegung geht, wenn sie losläuft. Dann geht in einem Abstand von ca. 900 Meter bis 1000 Meter, in einem Abstand dahinter her. Also hier ist die Bundeslade. 900 Meter. Und hier soll das Volk Israel hinter dieser Bundeslade hergehen. Aha, okay. Wenn ihr seht, dass diese Sankt der Acht in der Nähe ist, dann könnt ihr 900 Meter mehr ab und dann nach sie zurückkriegen. Dann gehen sie auf die Sankt hin. Weißt du, das lesen wir vielleicht einfach mal so. Ja, okay. Joshua hat gesagt. Was bedeutet das für uns? Machen wir was Gott zu uns sagt? Ja, die Leute hätten ja sagen können. Joshua, was sprichst du mit uns? Was sagst du? Ja, die Leute hätten ja sagen können. Joshua, was sprichst du mit uns? Und ich denke, wenn wir anfangen in unserem Leben zu zweifeln, was ein Pastor, was die Bibel, was irgendjemand anders zu uns sprichst. Ja, wo sind wir? Wir bleiben immer hier in diesem Halb. Wir kommen nie hier hinein, was Gott uns gesagt hat, wo wir hinkommen sollen. Selbst wenn wir Christen sind. Ja, wenn wir schon durch diesen Jordan hindurchgegangen sind, also durch die Taufe hindurchgegangen sind. Wir müssen uns immer von etwas abwenden und etwas zuwenden. Wir müssen uns immer von etwas abwenden und etwas zuwenden. Wir leben in dieser Welt. Wir leben in dieser Welt. Die Zündung ist auf uns zu kommen. Die Schlechte ist auf uns zu kommen. Die Schlechte ist auf uns zu kommen. Das ist so. Ob Christ oder nicht Christ ist immer da. Wir sagen, die Welt in der wir leben, die ist nicht gut. Nicht nur wegen Adam und Eva, sondern wegen die und mir. Aber Jesus ist sieger über diese Welt. Wem brauchen wir in unserem Leben? Wem vertrauen wir in unserem Leben? Auf Wem hören wir in unserem Leben? Auf Jesus, oder? Aber das klingt manchmal so leicht. Sobald diese Männer diese Bundeslade hochgenommen hatten und losgelaufen sind, blieben sie im Wasser stehen. Der Jordan, das Wasser, der Fluss war nicht schon stehen geblieben, sodass sie alle sehen konnten, oh yeah, wir gehen alle dort hinein. Das Wasser von dem Fluss blieb ja stehen. Nur zum Erklären jetzt, das Wasser blieb stehen, aber erst nachdem die Priester mit dieser Bundeslade in das Wasser hineingetreten sind und stehen blieben in dem Wasser. Das ist so wichtig für uns zu verstehen. Die Bundeslade ist Gott. Wenn du mit Gott, wenn du Gott nachfolgst, dann siehst du das Wunder vor deinen Augen. Wir sind oftmals so, wir wollen erst das Wunder sehen, wir wollen sehen, dass der Jordan auseinander geht, damit ich dann durchgehen kann. Nein, das funktioniert nicht so. Gott und du, wir arbeiten zusammen mit Glauben. Ja, wer kennt die Geschichte von euch, von Petrus? Wo Jesus über das Wasser ging und Jesus sagte, komm her. Er hat es ja zu allen. Alle haben Jesus gesehen. Also alle Elf, ja. Die Jünger. Aber nur einer hat gehört, was Jesus gesagt hat. Komm her. Ist das Beton oder ist das Wasser? Ja, das ist Beton oder Aabe. Ja, Jesus hat nicht irgendwie eine Betonstrasse dahin gebaut, damit Petrus dahin laufen kann. Ja, aber ich glaube, dass wir manchmal so ein komischem Glauben haben, dass wir denken, Jesus muss erst mal eine Betonstrasse bauen, damit ich darauf gehen kann. aber in ein paar Tagen, wir haben diese Gedanken, die wir mit uns selbst und sagen, dass wir ein Geschenk machen müssen, ein Geschenk machen müssen. Ein Geschenk machen muss, dass wir ein Geschenk machen müssen. Das ist doch kein Glauben. Wenn du siehst, dass das Meer sich geteilt hat, dann brauchst du doch nicht mehr Glauben, dass du rüberkommst, oder? Wenn du siehst, diesen Beton auf dem Wasser, ist es doch leicht, zu Jesus hinzugehen. Hey, Jesus, servus. Wenn du diesen Beton ausfüllen kannst, wenn du siehst, wenn du siehst, dann sagst du, wie ist es? Jesus, dass wir uns wirklich herausfinden, mit ihm zusammen zu arbeiten, mit Glauben. Wenn du das Volk Israel gesehen hast, dass die Priester mit Gott im Wasser standen, dann geschah das Wunder. Dann hat sich das Wasser unten, das Wasser strom abwärts, war weggeflassen, und das, was kam, das blieb stehen. Ich glaube, wir brauchen das alle in unserem Leben. Dieses Sichtbarwerden, dieser Kraft Gottes. Aber wir verwechseln zwei Dinge. Wir wollen erst sehen, und dann glauben. So funktioniert es nicht. Erst glauben. Das Volk Israel hat sich hingestellt und sagte, jawohl, wir gehen in dieses neue Land, was Gott für uns hat. Und dann, als sie durchgegangen sind, war alles prima. Und als du getauft worden bist, war alles easy. Bei wem war das alles so? Mahant hoch. Bei wem war das so, dass du getauft worden bist, danach war alles perfekt. Bei wem war das so, Es war ein bisschen gemein gewesen, was ich jetzt gemacht habe. Es war nicht fair, was ich gemacht habe jetzt. Das Volk Israel hat, das so? Genau so. Viele Jahre. Haben sie gekämpft um das, was in dieser Welt da ist. Die Gegner, die Feinde in deinem Land. Die Feinde in unseren Land. Verstehst du? Um uns drum herum sind immer Feinde. Die wollen uns immer was schlechtes. Aber weißt du, am Ende, bei Mathematik macht man ein Strich und dann kommt unten das Ergebnis. Und Jesus hat aus unserem Minus ein Plus gemacht. Und dieses Ergebnis ist, wir sind in Ewigkeit mit Gott in Gemeinschaft. Wenn diese Welt mal vorbei ist, wenn unser Kampf auf dieser Welt vorbei ist, weißt du, die Probleme, die du, die wir haben, jetzt hier auch als Christen, die sind nicht da, weil du schlecht bist. Die sind nicht da, weil du schlecht bist. Oder weil du ein Zünder bist oder irgendwas. Nein! Diese Probleme, die meinen nicht dich, sondern die meinen Jesus. Ständig ist Krieg von dieser Welt gegen Jesus. Jesus im Himmel. Aber wir sind hier. Und wir sind Licht. Manche mögen das Licht nicht. Manche mögen, haben das Licht nicht gerne. Manche haben die Wahrheit nicht gerne. Ja, wenn du in Lüge bist, dann magst du die Wahrheit nicht. Manchein. 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 Ich komme zum Schluss. Manchein. Es ist wirklich egal in welcher Situation du gerade bist. Natürlich darfst du zu Gott kommen und sagen, Gott, wie sage ich das jetzt anständig? Ach, ich sage, streckig, okay? Ich sage, Gott, mich kotzt das alles anher. Gut, dass du es nicht verstanden hast. Aha, ich sage, albette, ich kann, dass du es nicht verstanden hast. Ich kann, dass du es nicht verstanden hast. Gefällt mir, dass du schlechte Wörter nicht verstehst. Das ist gut. Aber ihr versteht, was ich meine, ja? Natürlich dürfen wir ehrlich sein zu Gott, vor Gott. Ich sage, wir können, dass du es nicht verstanden hast. Aber, das ist großartig, aber. Trotzdem vertrauen und hören wir auf Gott. Du bist nicht alleine mit deiner schweren Situation. Es gibt noch viele andere, die haben auch solche Situationen. Entweder sie hatten so eine Situation, oder sie werden so eine Situation bekommen. Aber das Gude ist, wir haben uns als Gemeinde. Gott hat uns zusammengerufen. Und wir können beten. Wir können vielleicht auch fasten. Und wir können gute Dinge tun. Wir können nicht guter Dinge, um gerettet zu werden. Sondern nein, wir tunen gute Dinge, weil wir Jesus leben. Ich sage, wir wissen, dass wir nicht gut machen können, weil wir sie wollen, weil wir sie sehen können. Aber wir wissen, dass wir diese Arbeit machen können, weil wir sie lieben können. Ich möchte dich ermutigen, dass du vielleicht gerade so am Boden bist. Dass du eine schwierige Zeit hast. Ermutigen, also froh machen. Ich habe hier hinten drin, habe ich so einen Sender. Damit könnt ihr mich hören. Das hat Verbindung mit Louis an der Technik da. Wenn ich aber hier die Batterie raus mache, ich mache die Batterie raus. Oder ich drehe die zwei Batterien, ich drehe die RUM. Funktioniert? Kein Kontakt mit der Technik. Verstehst du? Manchmal ist es vielleicht, wir müssen in unserem Leben die Batterie, unsere Ausrichtung, wieder neu machen. Wir müssen vielleicht ein paar Worte in der Zeit, wenn wir eine Batterie rauskennen, die Modelle rauskennen und bei einem Samt machen. Damit die Verbindung zu Gott wieder stabil ist. Das ist nicht schlimm, okay? Das ist schlimm, wenn du da drin bleibst, in diesem Negativ. Das ist schlimm, wenn du da drin bleibst, in diesem Negativ. Er führt dich in dieser schweren Situation. Aber er braucht dich dazu. Dass du an seine Hand gehst. Dass du ihm vertraust. Dass du dein Glauben zusammen und ihn vor Gott. Dann wirst du Wunder erleben. Dann werden wir Wunder erleben. Dass das Wasser sich teilt. Dass die Anerkennung kommt. Egal was wir brauchen, ja? Lass uns Gott vertrauen darauf. Amen. Amen.